Wir haben Demon Hunter, wir haben das Gang gewonnen. Wir haben zwei Demon Hunter, die haben gewonnen. Können wir schon deven, oder? Eigentlich können wir deven, slash AFK. Oh, das hat wirklich geklappt. Gerade, dass es keinen interessiert hat. Ja. Wir haben eh einen Demon Hunter, Mike, du brauchst nicht mehr. Perfekt. Steht euch mal in der Match. Oh, der Demon Hunter kommt schon. Da hinten, die Katze, die Katze, die Katze, die Katze. Alle essen. Lecker in aller Art davon zu drüben. Oh, der D. Was ist das? Der D. Der D. Der D. Der D. Der D. Ich habe den geguckt. Er ist hier gewidt. Ich bin Kee-Param mit in das Band. Da ist gerade gar nichts verreckt. Kein Problem. Der ist gerade gegen Global. Wir können raus. Oh, Mama. Ja, ich habe eh noch das andere Talent. Aber das... Ich habe den Demon Hunter, Alter. Lauf durch. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Demon Hunter, Demon Hunter, Demon Hunter. Ich habe keinen cooldown mehr, Alter. Das ist so traurig. Ich löse mich nach hinten. Ich habe jetzt keinen... In dem Schlaggenraum ist es vielleicht ein bisschen ungünstig. Auf dem Ruelt. 3, 2, 1. Jetzt. Auf dem Ruelt, Leute. Da kommt den Stunt, äh Titan Chivas, wenn du was willst. Geht mal auf dem Rogue. Auf Ex-Lamit. Oh, so schön das 1-0, Alter. Ja, ich bin hier auch. Jesus. Ja, ich merke. Rogue, 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 Rogue. Kommt der Rogue. Oh, GG, Alter. Ja. Und jetzt hier den, äh... den Monker facken. Oh, der Demon Hunter. Oh, der Demon Hunter kommt auch direkt. Damit schafft du ihn, dürfte sie. Verge ihn, verge ihn. Ach so, wir sind nur Line-Else hier, die wir sowieso stehen, oder? Ja, der rentet jetzt. Junge. Ist egal, einer muss... Warum ist der Demon Hunter nicht so fucking schnell, ey? Äh, kann jemand die Flag packen, bitte? Weil er... Kann jemand die Flag packen? Nade schlau. Okay. Jetzt haltet ihr nur ein bisschen auf. Nicht direkt töten. Äh, die setzen alles daran, dass die jetzt die Flag... Jaja, und Nade sind gleich. Ja, ich komme. Hartnetz. Und ich. Muss ich mich gleich lösen, zu Fleck? Hat Vortex gestellt. Ich fahre mit dem Fahrlad. Ich komme über Wasser. Leute! Ist jemand von uns schon... Jemand muss sofort vor. Jemand ist doch vor Ort. Jemand ist doch vor Ort. Ah ja, es wurde nicht da angezeigt. Ich kann das immer noch einmal ausnutzen, weil das heilige Zauber schützt. Es ist total durch. Phil, den Dudu hier hinten. Ist total overextendet. WG lag bei mir so rum, Alter. Das ist extrem. Ja, bei mir auch. Ganz, ganz beschissen, das. Ich geh zur Flagge. Hab schon. Ich hab schon einen Gealer. Oh, facken Kabel. Ah, ein Stückchen auch. Ich vier. Ich kann dich gleich. Kann dich gleich topfen. Ich hab auch noch was. Lauf aber weiter. Bitte mal auf den Film. Ist alles gut, lauf, lauf, lauf. Habt ihr alle das laut. Bist du bei ihm, oder? Dann ist alles safe. Dann ist alles safe. Ich geh von der anderen Seite was runter. Oh, vor Ort. Hat der Demon Hunter von denen Heels? Weiß ich. Ach, kommt, das hüttest du nicht. Wir können raus. Bei den sie genommen. Außer der Heeltywood bei dem. Nee, der Heeltywood ist tot. Okay. Dann nicht. Wir müssen diese Schütten einbacken. Das ist ein bissel ungesichtcepter. Ich hab dich vor. Und vor sie haben Shadow Schnell Hier vor Wir haben zwei Heiler hinten Nein 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 Erst hinten clearn und dann können wir hier vor Jetzt haben wir drei Heiler, das habe ich mir noch vor oder? Ja einer vor Irgendwann unser Flag Carry Ich geh ich geh Zweit Moment bist du eigentlich Aber der hatte drei Minuten cooldown schon raus Das geht grad irgendwie weg Na komm 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 Tschüss Ok hier gehts nicht Morgen kommt, die kommen alle Ja nehm Oh Leute ich bin da voll voll Hier Schon wieder lag hier Naja bei mir lag sind ein paar Haltet noch ein bisschen durch Leute davon Der ist alles selbst Haben ihn, haben ihn Geben ab, geben ab, geben Verliert dein Leben Heule denn euer Flag Carry Jetzt sind sie sauer Wäre ich auch alter wenn Wenn der Discy auf einmal einfach an Tyrant vorbeireitet Ja Dieses Pg ist lag sein Vater Ja man lag sein Vater ist heftig Ey Wolfi lauf mal ein Stück vor Dann kann ich gleich Shadow Jump machen Also Shadow Step Da 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 Kann ich mich mal totstellen? Weil ich funktioniert ja Stop du bist zu weit Wolfi Bleib stehen Ok lauf ein Stück weiter Ich hab noch Coole down Da hat die Flagge rechts Jetzt jetzt stopp Warte ich kann der Flagge in den Vortex geben Nein Ich hau jetzt den Coole down Da finde ich aus Wo ist unser DH? Der Keele drin Ja war den Der Keele nicht weg Der Keele ist Vortex Und es routet Heads down Haut fallen Böse Boah ich bin am Freer Rokuss Ich wirbel Ich wirbel Halt Nets, Halt Nets Halt Nets Halt Nets Kickt nochmal Nets Ich wirbel mal den Priester Ey was lauf mit dem ey Ich kann ihn routen wieder Oh fuck der Ich wirbel nochmal nach Nets Ich hab ihn nochmal genetzt Das letzte Mal Faller kommt Ich bin ruhig bei dir Hey Ich bin ruhig bei dir Dammit Das ist fucking Foorofus Digga komm her Nets geht raus Glaub Nets Ich muss aber nah ran Ich muss aber nah ran Da bin ich Ae damage mich raus Was hat mich jetzt gekillt Warte ich bin auf dem Weg Ich hol mir die Klaue Halt Nets Halt Nets Slow Faller ist raus Wir hatten immer noch Warum hab ich die Klaue neben mir Hat die Klaue Böse Da darf ich nach Nein Unser Demon Hunter Komm schon Fuck Ey ja Sitz war zu hart rum Du musst erstmal bitte auf die Heiler Monk ist wichtig Wenn Monk Trauen dann Kipp doch jetzt Komm Du musst da Ich geb die Klaue Ich geb die Klaue Geht schon Wo ist die Dächer Rückenflagge Die ist links außen Die ist links außen Äh Haben wir eine Heile da Scheiße Haben wir eine Heile Ich bin da Ich bin da Aber ich bin da Aber ich bin da Wir brauchen Wir haben sie Wir haben sie Die haben wir jetzt auf die Plage Können sie nicht nochmal nehmen leider Prost Boi Aber zumindest haben sie sie Abgeben Dad Ich bin schief Cole Räsen jeden Small Man Post Neue Dierchen ist Hammer geil Alter Bist du die Dippe Vorallem Ja auch Der Eisenfell ist geil Wo ist es zwar ein bisschen Gut aufbauen aber Das bringt auch ganz viel Ich fühl mich grad lieben, random BG, Alter. Lauf von links nach rechts. Voll cool. Lauf rüber, lauf rüber. Die stehen alle da. Random BGs machen Spaß. Nein. Ja, total. Lieb ab. Oh, ich seh den Bärsi, Alter. Wir kommen... Ich hab... Ich hab... Ich hab großes Aua im Kopf. Das Aua ist ein Borke. Hey, raten, du Ratte. Das passt jetzt. Ja. Ja, das war kreativ. Gibt's hier die Aua? Kreativ. Ich hab ihm... Ich hab ihm... Ich hab ihm vor dem Release nach Aquarius angeschrieben. Er soll sich als allererstes diese scheiß Ratte fangen. Einen Tag später schreibt er mich eigentlich auf die Ratte. Das ist auch geil. Das ist das Eingang. Okay, Fall ist raus. Hast du dann damit auch ein Stück weit gelevelt? Bist du da? Oh, jetzt ist... Jetzt ist das scheiße. Jawoll, abgeben. Ich hab die Flagge. Nice. Oha... So, mit Bärsi, Alter. Ne, wir haben keinen Highlighter für die Flagge. Kann der nehmen? Vielleicht. Ah, scheiße. Nice. Wer hier ist ein Stück weiter in meine Richtung gekommen? Vielleicht. Ja, hab ich in dem Moment erst gesehen. Ja, hab ich in dem Moment erst gesehen. Ja, hab ich in dem Moment erst gesehen. Ist das vielleicht? Maybe? Bitte? Ich bin im Schieb. Ich bin im Schieb. Ich bin im Schieb. Ich bin im Schieb. Kein Problem. Ich sitze noch voll aus. Ganz, ganz hart. Ich hab Fall reingelegt. Ich werde hier und für dich. Wenn du überraschst. Ich hab noch Fleck, diesmal ist ein Schöpfer. Soll ich mich mal unter die Brücke stellen? Der kommt in der Brücke. 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 Er geht. Er will fliegen, er will fliegen. Ja, ich kann mich runterziehen. Bleiben wir gleich nicht. Ja, ich bin slow in der Brücke. Der fliegt nirgendwo hin. Okay, hot slow. Kann der gleich stoppen. Smog? Wir haben hier den Fokus. Hau nochmal. Hau nochmal. Nice. Hab dich. Ich wusste, Sum ist das richtige für Fleck BG, Alter. Hildo du Kitt. Nice. Die Monklau, mit Fennlein. Hatte ihn nicht. Das ist gleich Eisenborker. Die Monklau hat er. Die Monklau hat er. Die Fähre nehmen die Fähre. Die wollen mich nicht. Ich muss überleben. Ja, ich hab mir gerade Eisenborker gegeben. Ich bin vorbei. Wo kommt denn die raus? Leute. Die sind auch nicht auf dem Minipark. Das ist hart. Ich bin bald beigefüllen, Alter. Das ist schild. Geht links raus. Also rechts raus. Geht rechts raus. Bei der Steinrampe. Also Rampen, ja. Rechts bin ich, Alter. Hier kommt keiner. Jetzt kommt hier einer. Alter, wie weit ist der? Jetzt, äh, sein feines Team Hunter. Ich hab Netz, hab Netz, hab Netz. Ich mach mal Netz. Was? Ich krieg's. Ich krieg's ja fixiert. Okay, das war jetzt unnötig. Mein Shadow Duel geht nicht, wenn Sidi die Flagge haben. Wie behindert das das denn? Siehste? Siehste? Ich krieg's. Die Kiste bekommen. Das meine ich, wenn ich nichts ansagen muss. Bäm.